Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Hörbar? Hörbuchrezension 3-2-1 Im Kreis der Verschwörer von Tony Kent Rezension des von Uwe Teschner gelesenen Hörbuchs Rezept für einen Polizweller Man nehme einen hochdekorierten Geheimagenten, einen einsamen Assassinen mit Zwangsneurose, einen reichen Anwalt mit dunkler Vergangenheit und eine unfassbar gut aussehende Jungjournalistin, die sich die ersten Sporen verdienen will, werfe alle in ein Attentat auf einen beliebten britischen Politiker. Los geht's. Tony Kent's 3-2-1 Im Kreis der Verschwörer, als Hörbuch gelesen von Uwe Teschner, kommt mit allen genretypischen Attributen daher, die man sich von einem Politthriller wünscht. Der Roman beginnt mit einer Veranstaltung auf dem Trafalgar Square in London, wo hochrangige Politiker der Vereinigten Staaten und des Vereinigten Königreiches vor der Öffentlichkeit auftreten. Natürlich ist das Event schwer bewacht, doch direkt zu Anfang erfährt der Leser, dass einer der Scharfschützen, die um das Gelände herum postiert sind, nicht im selben Team spielt. Am Ende ist es nicht er, der den ehemaligen britischen Premierminister erschießt, sondern ein unscheinbarer Mann aus dem Publikum. Der Scharfschütze schießt dem Mann den Weg frei, verpasst aber seinen letzten Schuss, der den Attentäter umbringen soll. Eine Schuld, die es zu begleichen gilt. Der Attentäter kann schon wenige Sekunden nach seiner Tat festgenommen werden. Hören wir uns an, was er zu sagen hat. Dann saß McGill zunächst schweigend da, während er tief ein- und ausatmete. Daniel hatte den Eindruck, er versuche, sich für das zu wappnen, was er gleich erzählen würde. Als er schließlich sprach, strömten die Worte schnell und unkontrolliert aus ihm heraus. Mr. Lawrence, was ich heute getan habe, schien mir die einzige Möglichkeit, die mir noch verblieben war, und ich glaube, dass meine Tat das Beste war, was ich für mein Land tun konnte. Ich habe mein ganzes Erwachsenenleben damit verbracht, auf dem Gebiet der Politikwissenschaft zu forschen, zu schreiben und zu lehren. Ich bin leidenschaftlich von der friedlichen Lösung politischer Differenzen überzeugt. Meine ganze Karriere galt der Suche nach einer endgültigen Antwort auf die sogenannten Troubles, die Unruhen in Nordirland. 30 Jahre, Mr. Lawrence, 30 Jahre, die der Aufgabe gewidmet waren, zukünftige Generationen darin zu unterrichten, wie wir diesen Konflikten durch Verhandlung und Kompromiss ein Ende setzen können. Meine eigenen Söhne habe ich in diesem Sinne erzogen. Ich war voller Hoffnung auf die Zukunft. Aber das ist meinen Kindern jetzt verwehrt. Sie werden nie eine Rolle in der Gestaltung der Zukunft ihres Landes übernehmen. Sie werden nie überhaupt irgendetwas tun, Mr. Lawrence. Denn nicht jeder wünscht sich ein Ende dieser Hölle, die sich wie ein zerstörerischer Schatten über Irland liegt. Meine Kinder und meine Frau wurden mir weggenommen. Sie wurden getötet, weil nicht jeder von der Einheit Irlands profitieren würde. Einige Menschen würden sogar alles verlieren, und diese Menschen würden deshalb alles tun, um den Friedensprozess zu beenden. Es hat mich viel Zeit und Mühe gekostet, um das einzusehen, Mr. Lawrence. Aber sobald ich es eingesehen hatte, wurde mir klar, dass meine ursprüngliche Vorkennsweise nicht funktionieren konnte. Sobald ich begriffen hatte, warum meine Frau und ich gewaltsam getrennt worden waren, und dass dies immer wieder geschehen würde, sofern es zu keinen drastischen Gegenmaßnahmen käme, wusste ich, dass etwas getan werden musste. Was ich heute getan habe, habe ich für mich selbst, für meine Familie und für mein Land getan. Ich stehe dazu und werde das vor jedem Gericht erklären, vor dem ich erscheinen muss. McGill verstummte und lehnte sich auf seinem Stuhl zurück. Trotzdem schien noch immer eine intensive Aura im Raum zu schweben. Daniel war über das, was McGill gesagt hatte, überrascht. Er hatte noch nie eine so sorgfältig formulierte Erklärung für einen Mord gehört. Das waren nicht die Worte eines Fanatikers. Es waren die Worte eines gebildeten Menschen, der an die Empfindungen glaubte, die er zum Ausdruck brachte. Der den einzigen Weg beschritten hatte, der ihm seiner Ansicht nach noch offen stand. Mehrere Sekunden verstrichen, vielleicht sogar Minuten, in denen Daniel schweigend zu verarbeiten versuchte, was er gehört hatte. Doch es waren zu viele Informationen. Der Schock war zu groß. Nichts hatte ihn auf die große Vernunft eines Menschen vorbereitet, den er vor dieser Begegnung für einen Fanatiker oder einen Psychopathen gehalten hatte. McGill war keins von beidem, das war offensichtlich. Natürlich wird schnell klar, dass es sich bei dem Mann nur um eine Marionette größerer Mächte handelt. Der Geheimagent Joe Dempsey, der Anwalt Michael Devlin und die Journalistin Sarah Truman werden hellhörig. Unabhängig voneinander machen sie sich auf die Suche nach der Wahrheit. Und natürlich, so viel darf verraten werden, wird ihre Suche sie im Laufe der Geschichte zusammenführen. Währenddessen stürzt die britische Regierung als Folge des Attentats ins Chaos. Der Roman lässt dabei ein altes Thema neu aufkochen, nämlich den Nordirland-Konflikt. Eine neue IRA bekennt sich zu dem Anschlag. Und mit dem Fortschreiten der Geschichte wird deutlich, dass dies nicht die erste Gewalttat der Organisation ist. Es mag dem Leser etwas beliebig vorkommen, dass Kent den Nordirland-Konflikt für sein Buch wieder aufwärmt. Und doch scheint es beim zweiten Hinsehen nicht ganz abwegig. Immerhin schürt der nahende Brexit derzeit Sorgen um die alte Fede, die durch eine harte Grenze auf der irischen Inseln neu aufflammen könnte. Insofern ist Kent's Thema aktueller, als man es sich vielleicht wünscht. Und so führt die Suche den Leser auch schließlich vom reichen London in die Unterwelt Belfasts. Dazwischen streut Kent immer wieder Szenen von der anderen Seite, lässt uns an der Jagd des Assassinen Joshua teilhaben, stellt uns dessen Hintermann Stanton vor und streut zunehmend Zweifel an den anfänglich präsentierten Motiven für den Anschlag. Hier und da gibt Kent vielleicht zu viele Informationen preis, übertreibt es mit dem Foreshadowing, sodass man als aufmerksame Zuhörerin manchen Plottwist schon erahnen kann, bevor er passiert. Doch die vielen actionhaltigen Szenen gleichen diese Neigung zur Vorhersehbarkeit aus und halten die Spannung am Leben. Tony Kent's erster Roman ist zumindest in seiner gekürzten Hörbuchfassung schnell und spannend. Beinahe etwas atemlos. Die vielen Figuren und stetigen Perspektivwechsel erfordern eine enorme Konzentration beim Zuhören. Vor allem im ersten Drittel des Buches. Dabei hilft nicht, dass einige Namen so ähnlich klingen, dass man sie schnell durcheinanderwirft. Daniel, Dempsey, Devlin, da braucht es manchmal ein paar Minuten, bis man sich erinnert, um wen es gerade geht. Wobei der Sprecher Uwe Teschner ganz hervorragend liest und auch die verschiedenen Charaktere gut zu differenzieren weiß. Ein wenig mehr Tiefe in der Figurenentwicklung hätte ich mir dennoch gewünscht. Vor allem Michael Devlin, der sich erstaunlich spät als Held der Geschichte entpuppt, ist ausgesprochen makellos. Ein hervorragender Anwalt, begnadeter Kämpfer, der es auch mit echten Profis aufzunehmen weiß. Gut aussehend, exzellent vernetzt und er scheint für jedes Problem eine Lösung zu finden. Vielleicht etwas überzeichnet. Da kann auch seine dunkle Vorgeschichte nur einen schmalen Ausgleich schaffen. Und die Tatsache, dass die Journalistin Sarah Truman die einzige halbwegs relevante Frauenfigur in der Geschichte ist und sich hauptsächlich durch ihr gutes Aussehen hervortut, schmerzt. Dennoch ist 321 im Kreis der Verschwörer ein solides Erstlingswerk, das mit einer Länge von 13,5 Stunden sicher über die eine oder andere lange Autofahrt hinweg helfen kann. Erschienen bei Random House Audio. Die Rezension schrieb und las Katharina Glück. Untertitelung des ZDF, 2020